Hier haben wir Showkabine, Verandakabine, Komfort. Hier haben wir ein Bett. Hier haben wir das zum Ausklappen, ganz normaler Fernseher. Hier kann man dann die Verandakabine, die ist dann etwas größer hier, die Komfort. Und da kann man dann eine Hängematte hier rüberhängen dann. Hier hat man dann einen begehbaren Kleiderschrank. Da kann man ganz schön rein mit Safe. Das ist eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Und hier haben wir die Toiletten. Auch eine schöne große Dusche. Eigentlich ganz toll. Gefällt mir sehr gut.